Was war zuerst da? Die Henne und das Ei. Ich habe hier ein ganz besonderes Ei. Das Ei des Kolumbus. Es hat die Welt verändert. Er entdeckte nämlich Amerika. Ach, du dickes Ei. Doch hielt er es für Indien nicht das Gelbe vom Ei. Die Grenze der Welt. Wie lange kann ich sie noch hinhalten, die Mannschaft? Siebzig Tage segeln wir schon, kurz nach Westen, immer noch kein Land in Sicht. Das Logobuch ist gefälscht. Ich musste sie täuschen. Längst sind wir schon weiter gesegelt, als dahin verzeichnet ist. Wir befinden uns jenseits ihrer Vorstellung. Wüssten Sie, wo wir wirklich sind? Sie werden panisch wählen, denn Sie haben Angst. Für Sie ist die Erde eine Scheibe. Wenn Sie an den Rand kommen, fallen Sie jetzt nicht. Sie lauben an die Grenzen der Welt. Ihr Horizont ist so beschränkend. Doch was verbirgt sich dahinter? Was ist hinter dem Horizont? Das Unbekannte, das vorausliegt, ist es wirklich neu. Oder kann man aus der Geschichte lernen? Wer darum weiß, was gestern war, kennt? Wahrscheinlich das Morgen. Dem ist die Zukunft. Ein offenes Buch. Der kann aus dem Bekannten, aufs Unbekannte schließen. Und ich bin erfahren, auf dem Meer. Und habe Zeichen, Kiste hier, Strömungen und Winde. Alles deutet darauf hin. Dass hinter dem Horizont lacht, sein muss. Ich will diese Grenze überschreiten. Und im Westen das Morgen finden, das Morgenland. Doch vor drei Tagen haben Sie mir eine Frist gesetzt. Kommt heute Nacht kein Land in Sicht. Kehren wir um. Was ist das? Ein Silberstampf Horizont, ist dies das Land meiner Träume? Land in Sicht. Oh, Land in Sicht. Ich wusste es. Ich habe es immer gesagt. Ich bin mir nicht. Ja, ja, was für ein Triumph, ich habe Rechen gehalten. Ich habe es allen gezeigt, die glauben, die Erde sei eine Scheibe, um die nicht übern eigenen Tellerrand aussehen können. Denen, die sich nichts vorstellen, was in dem Horizont übersteigt, sie werden ihren Gesichtskreis erweitern müssen. Denn das, was ich gesagt habe, hat sich als Wahrheit erwiesen. Und das ist die reine Wahrheit. So kommt man nach Asien. Wir sind jetzt in Indien.